Zum Abschluss der englischen Woche trifft der FC Bayern München am heutigen Freitag in der Bundesliga auswärts auf Hertha BSC. Hier könnt ihr das Spiel im Live-DK verfolgen. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Ab 20.00 Uhr wird live vom Spiel in Berlin berichtet. Hertha BSC FC Bayern heute live im Live-DK verbeginn. Auch die Hertha-Elf ist nun offiziell. Hertha BSC, Kraft, Lazaro, Stark, Rekick, Mittelstädt, Meier, Skelbrit, Kalou, Duda, Diel, Rosun, Ibi, Shevik, Verbeginn. Die Aufstellung des FC Bayern ist nun dabei an München. Neuer, Kimmich, Boatain, Süle, Alaba, Sanchez, Thiago, James, Robben, Lewandowski, Ribery vorbeginn. Der FC Bayern kann in Berlin auch seine Wiesen-Bilanz ausbauen. Während des Oktoberfests sind die Münchner nämlich seit 2010 ungeschlagen. Seitdem gab es ein und 20 Siege und sieben unentschieden. Vor Beginn ein besonderes Spiel wird es für Jérôme Boateng, der in Berlin geboren ist. Er erwartet einen starken Gegner, sie sind sehr kompakt, zweikampfstark, aggressiv. Aber wir wollen jetzt natürlich wieder drei Punkte einfahren. Vor Beginn, die Gesamtbilanz spricht klar für die Bayern, die in 72 Duellen 41 Siege feierten. Hertha gewann dagegen nur zwölf Partien. 19 Mal gab es keinen Sieger. Vor Beginn, Hertha-Manager Michael Preetz sieht die Bayern nicht ungeschlagen durch die Saison spazieren. Ohne Niederlage werden die Bayern nicht durch die Saison gehen. Jede Mannschaft ist verwundbar, sagte Preetz. Ob es seinem Klub heute Abend gelingt? Wir haben ja zuletzt dreimal in Folge gegen Bayern nicht verloren, vielleicht gibt es ein viertes Mal oder wir schaffen es, sie mal zu schlagen. Vor Beginn, die Bayern grüßen wie üblich von der Tabellenspitze. 13 Punkte aus fünf Partien hat die Truppe von Trainer Niko Kovac bislang eingefahren, allerdings gab es am Dienstag unter der Woche gegen den FC Augsburg den ersten Punktverlust. Trotz Führung spielte man am Ende nur 1 zu 1. Mit einem weiteren Punktverlust am Wochenende könnte man die Tabellenführung wieder abgeben. Vor Beginn, Hertha-Trainer Paldaray will sein Team auch gegen die Bayern flotten Fußball spielen lassen. Gegen den FC Bayern ist es wichtig, die Räume eng zu halten, als Team gemeinsam und konzentriert zu arbeiten, sagte er, wir wollen aber auch vernünftig nach vorne spielen und den Zuschauern etwas anbieten. Hertha BSC FC Bayern, wann und wo findet die Begegnung statt? Der Freitagsspiel des 6. Spieltags findet am 28. September 2018 um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Olympiastadion in Berlin. Schiedsrichter der Partie wird Marco Fritz sein. Hertha gegen Bayern, Niko Kovac hat Respekt, Hertha hat sich super entwickelt, spielerisch präsentieren sie sich sehr gut. Ich bin sehr angetan, sagte Kovac, selbst in Berlin geboren, im Vorfeld der Partie, das wird wirklich eine Herausforderung, er muss aufgrund einer Sprunggelenksverletzung auf Mittelfeldspieler Leon Goretzka verzichten. Dafür rückt voraussichtlich Nachwuchsspieler Jonathan Mayer in den Bayern-Kader. Bundesliga-Tabelle vor dem 6. Spieltag. Hertha kann zu Bayern aufschließen Platzdienst. Tore, Diffpunkt, 1. Bayern München, 512 zu 39.132, Borussia Dortmund, 515 zu 312.113, Werder Bremen, 510 zu 64.114, Hertha BSC 510, 73.104. Hertha gegen FCB heute live TV, Livestream. Das Freitagsspiel könnt ihr wie gewohnt nur auf Eurosport und im kostenpflichtigen Eurosport-Player verfolgen, den ihr für 4,99 Euro im O abonnieren könnt. Bereits ab 19 Uhr gibt es auf Eurosport einem eine Vorab-Analyse mit Eurosport-Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel. Kertha BSC gegen FC Bayern, die Highlights auf dessen die Highlights aller Partien in der Bundesliga könnt ihr bereits 40 Minuten nach Spielschluss auf der ZN sehen und ab Montag 0.00 Uhr auch aufs Box der Streaming-Dienst zeigt zudem eine Menge Spiele der Primera Division, Serie A, Premier League, Liga, Champions League und die gesamte Europa League live. Nach einem kostenlosen Probemonat könnt ihr das komplette Angebot von der ZN für 9,99 Euro im Monat nutzen.